Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das ganze klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das ganze klaut. Kommen wir aber jetzt zu Christina. Christina Lietke, wir haben uns kennengelernt auf der diesjährigen Mary Jane. Und da kam sie mit ihrem Mann Harry an den Stand. Und wir sind ins Gespräch gekommen und Christina sagte, ja, ich bin MS-Patientin und mir hilft Cannabis. Ja, Cannabis ist für mich eine Medizin und mir macht mein Leben angenehmer. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen was hören. Dazu hat sie sich drauf vorbereitet. Ich würde jetzt am liebsten die Viertelstunde, die wir gerade noch geredet haben, hier komplett wieder geben. Aber dann würden manche hochrote Ohren kriegen. Denn es geht natürlich auch darum, wie Hanf und Sex zusammenhängen. Da übrigens mal als Tipp, wenn ihr zu viel genommen haben solltet. Ja, habt ja schon mal vielleicht das eine oder andere mitgekriegt, dass man Kekse gegessen hat, dazu noch gebufft hat. Und auf einmal hat man das Gefühl, boah, das ist jetzt nicht so prickelnd, ja. Diesen Kontrollverlust, dieses Unwohlsein, Angstzustände, all das kann passieren mit einer Überdosierung THC. Da gibt es einen Trick. Und da ich mit im Hanfmuseum helfen darf und dort freiwillig arbeite, ist es so, das wissen die aller, allerwenigsten, was ich jetzt sage. Wenn ihr an jemanden rantretet, der oder die sich überdosiert hat, ein großes Glas Orangensaft, idealerweise mit einer ausgequetschten Zitrone, ja. Und dann redet mit diesen Menschen, gebt ihnen was zu essen, dass der Kreislauf wieder stimuliert wird. Und dafür ist das große Glas Orangensaft mit einem Spritzer Zitrone der ideale Kickstarter. Innerhalb von 12 bis 15 Minuten ist der oder diejenige so nüchtern, nicht zum Autofahren, das sowieso nicht, aber zumindest die Kontrolle wieder zu haben, sich wieder wohlzufühlen. Vitamin C, das ist ganz wichtig. Ja, liebe Christina, was? Liebe Christina, Vitamin C, du hast auch damit Erfahrung gesammelt. Darf ich dir damit das Wort überreichen? Einen frohen, bitte schönen Applaus, Christina Liedtke aus Berlin. Hallo allerseits, ich habe es natürlich nach Frank Tempel nicht mehr einfach. Das ist ein Profi, ich bin nur Christina. Noch nie habe ich vor so vielen Leuten geredet, das ist also meine Premiere. Und da ihr so ein angenehmes Publikum seid und auch gleichgesinnt, ist es nicht ganz so schwierig für mich. Und ich bitte auch ein bisschen um Nachsicht, dass ich hier vielleicht nicht die flammende Rede halten werde, sondern dass die vielleicht auch etwas stotternd wird vor lauter Aufregung. Erschwerend kommt für mich natürlich hinzu, dass wir schon alles, meiner Ansicht nach, über Cannabis gesagt haben, über die Freigabe und dass ihr ja eigentlich fast schon alles wisst. Wenn ich mich aber so umschaue, dann sind wir zwar viele, aber für eine Millionenstadt für Berlin viel zu wenig, um unsere Forderung nach einer Freigabe von Cannabis durchzusetzen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine drogenfreie Gesellschaft völlig realitätsfern ist. Wie bin ich nun zu Cannabis gekommen? Einfach durch meinen Mann. Er ist vor Jahren mal in einer Hanfparade geraten und hat gedacht, die Chaoten schaue ich mir mal an. Hat ganz schnell festgestellt, zieht sich durch alle Altersgruppen, alle Gesellschaftsschichten und die Leute haben ja total vernünftige Argumente. Dann ist er halt mitgelaufen und muss wohl sehr, sehr aufschlussreiche Gespräche geführt haben. Er kam ganz begeistert nach Hause von dem Klientel der Hanfparade. Damals war ich schon am ES erkrankt und wir haben dann im Freundeskreis über diese Problematik gesprochen, es einmal mit Cannabis zu probieren. Mein nächstes Geburtstagsgeschenk kam dann aus Amsterdam. Ja, ich habe es gleich probiert. Außer einer Tiefenentspannung ist eigentlich erstmal gar nichts passiert und nach längerer Einnahme sind meine zusätzlichen Beschwerden, die meine MS mir beschert, wie eine Spastik und die innere Unruhe sukzessive zurückgegangen, bis sie irgendwann ganz verschwanden. Natürlich habe ich meine Basistherapie, aber diese unangenehmen Sachen, wenn man sie bekämpfen kann, ein Versuch ist es allemal für jeden wert. Ich sage, dass ich Nichtraucher bin, ich vaporisiere und ich backe. Kekse, Haschkekse. Und als dann die Gesetzgebung auf den Weg gebracht wurde, für MS-Kranke Cannabis freizugeben, bin ich dann zu meiner Ärztin im jüdischen Krankenhaus im MS-Zentrum gegangen und habe nach einem BTM-Rezept gefragt. Ich bin an eine ganz aufgeschlossene Medizinerin geraten, die wusste, dass mir die zusätzlichen Medikamente der Pharmaindustrie meine Beschwerden nicht nehmen und hat mir das BTM-Rezept ausgestellt. Ich habe 2011 damit angefangen. Also mein Tipp, schaut euch den Arzt ganz genau an. Wenn ihr bei dem Gespräch Cannabis dicht macht, beendet das Gespräch, steht auf und geht. Wir haben in Deutschland freie Arztwahl. Es hilft sicherlich nicht jedem Menschen, aber doch sehr, sehr vielen. Und als ich dann das Rezept in der Hand hielt, habe ich nach den Nebenwirkungen gefragt. Die Antwort war verblüffend. Sie guckte mich mit großen Augen an und sagte, wir sprechen über Cannabis, nicht über ein Pharma-Präparat. Welche Nebenwirkungen wollen Sie jetzt eigentlich wissen? Also bei richtiger Dosierung hat sie gesagt, alles perfekt, alles gut. Auch hier muss man sagen, die Wissenschaft lehnt doch schon lange Cannabis als Einstiegsdroge ab. Wenn ihr dann diesen Weg gehen wollt, auch bei mir lief nicht alles glatt. An die Diskussion mit der Krankenkasse kann ich mich noch lebhaft erinnern. Als ich das Medikament Sativex nicht vertragen habe, wollte ich dann, als es möglich war, die Blüten haben. Auch da stand mir der Arzt beiseite und wir haben das gemeinsam durchgedrückt. Und die Krankenkasse hat letztendlich auch signalisiert, okay, wir bezahlen das dann. Wenn ihr dann das alles geschafft habt, solltet ihr euch gerade in Berlin auch die Apotheke aussuchen. Ich bin damals zur Berlin-Apotheke gegangen, heute Medius, und habe das nie bereut. Sie haben ein großes Cannabis-Zentrum, sie beraten die Patienten, sie begleiten sie die erste Zeit, denn es kann ja doch mal Fragen geben, gerade ohne Vorerfahrung. Und wenn dann ein Lieferengpass auftritt, dann kriegt man das scheibchenweise nach Hause, sodass der Patient nie ohne dasteht. In der Luisenstraße. Und es ist doch auch sehr beruhigend zu wissen, dass kein Mensch an einer Überdosierung durch Cannabis sterben kann. Das ist medizinisch gesehen unmöglich. Und jetzt meine Forderung an die Politik. Warum kann ich als Patient nicht entscheiden, ob ich Cannabis nehme oder ein Pharmapräparat? Es ist mein Körper und ich möchte darüber bestimmen. Und Cannabis als letzte Therapieoption ist nicht mehr hinnehmbar. Und ich denke auch in Bezug an die normalen Cannabiskonsumenten, die die Entscheidungsfreiheit haben sollten, frei zu wählen, ist eine Erziehung zur Drogenmündigkeit, die Menschen befähigt, bewusst und selbstbestimmt mit Cannabis sinnvoll umzugehen, umzugehen im 21. Jahrhundert doch mehr als überfällig. Und an die Medien gerichtet, bitte nicht immer über Cannabis und über Alkohol und Drogen schreiben. Nein, Alkohol ist doch auch eine Droge. Und ich denke die weitaus Schlimmere. Klar ist auch, dass eine Legalisierung von Cannabis nicht alle Probleme löst, sie aber verringert und die negativen Folgen der Kriminalität abschafft und die Möglichkeit mit Risiken und Problemen offen umzugehen. Cannabis-Verbote verfehlen ihr Ziel und sind als gescheitert anzusehen. Trotz jahrelanger Einnahme bin ich nicht abhängig geworden und bezeichne mich nicht als drogensüchtig. Für Fragen stehe ich nachher gerne unten zur Verfügung und ich habe fertig, auf das die Vernunft endlich siegt. Richtig siegt! Christina Liedtke, vielen Dank! Richtig siegt!